So, auf geht's, LTG Masters Runde 8 Nordschleife VLN ist eröffnet. So, Jan Biermann, Jan Janski, aktuell auf ihrer letzten Runde unterwegs. Oh, Jan Janski, Kopf an Kopf. Und jetzt greift er nochmal an. Also die beiden liefern hier wirklich ab. Ah, beide nebeneinander. Boah, da wollte echt keiner zurückstecken. Ah, Janski wieder ein bisschen verloren, über eine Sekunde Rückstand. Und jetzt passiert da noch was. Jan Biermann auf 1, Jan Janski auf 2. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020